Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich immer in der Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Special Edition von der Glossybox ist hier eingetroffen. Endlich! Und das ist jetzt die Weihnachtskollektion, Winterkollektion, wie auch immer. Diese schöne Schätzchen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Sonderedition konnte man, ich glaube sogar diesen Montag kaufen. Heute haben wir den 5.12. Genau, und jetzt ist Samstag. Heute kam die Box bei mir an. Hier ist, ja, für 35 Euro sind da ordentlich viele Produkte drin. Die Box ist auch super, super schwer. Wir hatten die ein oder andere Sneak Peek. Ich habe mir tatsächlich auch schon das ein oder andere Unboxing angeguckt. Und ich bin einfach gespannt, wie ich die Produkte so finden werde. Grob weiß ich schon, was drin ist. Wir haben hier Pflege und Dekorative Kosmetik drin. Und ja, ich quatsche nicht weiter lange. Wir gucken uns das Ding jetzt mal richtig an, ne? Wie gesagt, 35 Euro für Abonnenten von der Glossybox. Ich glaube, für Nicht-Abonnenten war die 10 Euro teurer oder 15 Euro. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich packe euch mal hier meinen Gutscheincode rein, falls ihr Bock habt, die Glossybox zu abonnieren. Da könnt ihr dann nämlich auch von diesen ganzen Aktionen profitieren, dass ihr quasi die Boxen dann ja auch, also die Specialboxen günstiger bekommt. Und ihr bekommt dann natürlich auch die Glossybox Beautybox. Das ist immer mal wieder so ein kleines Streitthema. Ich habe da auch nicht immer Glück mit, um ehrlich zu sein. Also manchmal, gerade der Glossybox Adventskalender, den habe ich bis heute noch nicht abgedreht. Das steht neben mir. Genau. Da habe ich nicht immer Glück mit, ne? Das dauert manchmal eine ganze Weile, bis die Sachen dann bei einem eintreffen. Genau. Weil ich auch ganz normaler Abonnent bin. Und ich habe da keine Kooperation oder sowas mit. Das merkt man dann tatsächlich als normaler Abonnent manchmal etwas, leider. Ja, aber der Glossybox Kundenservice hat mich persönlich immer gut betreut. Da bin ich auch ehrlich. Also ich hatte das ein oder andere kaputte oder fehlende Produkt auch mal mit in den Boxen. Und da habe ich tatsächlich schnell immer Ersatz bekommen. Bei der Benefitbox hatte ich, glaube ich, dass ich die Mascara nicht mit drin hatte. Da war das Packaging einfach leer, was in der Box drin war. Wurde mir dann ruckzuck nachgesendet. Und ja, wir gucken jetzt aber mal in die aktuelle Box mit rein, ne? Genau. So. Aufgemacht ist die wieder Glossybox Adventskalender, was ich ganz cool finde. Also hier mit diesem Magnetverschluss, ne? Das ist für mich dann schwierig, weil ich verwende solche Boxen eigentlich immer, um sie weiterzunehmen als Versandkarton. Aber na, es ist egal. Und hier steht drauf, there are so many beautiful reasons to be happy. Also es gibt so viele wunderschöne Gründe, um glücklich zu sein. Und das stimmt tatsächlich nicht. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und ich persönlich versuche es mir auch immer wieder klar zu machen, dass ich eigentlich froh sein kann, dass ich bin, wer ich bin und wo ich bin und wann ich bin vor allem. Ja, deswegen. Aber trotzdem hat man dann das ein oder andere in sich drin, was dann einen so ein bisschen traurig macht. Egal. Auf jeden Fall riech die Box nach nichts. So ein leicht frischer Duft kommt hier raus, aber das hat oft nichts zu bedeuten. Finde ich wirklich schön aufgemacht, ne? Also als Geschenkkarton für Weihnachten kann man den super weiterverwenden. Da wird sich jemand sicherlich drüber freuen. Wir haben hier ein schönes Seidenschleifen, was ich einmal öffne. Das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, lasse ich mal links liegen. Weil da stehen halt die Produkte und Preise mit drin, ne? Dann haben wir hier ein leicht zerfleddertes, nein, sehr, sehr geschundenes Seidenpapier mit einem Klebe, was ich einmal öffne. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. So sieht das dann aus, wenn man das Ganze geöffnet hat. Und ich hatte auch ein Heftchen von Dalton daneben liegen. Finde ich super witzig, denn ich habe tatsächlich heute auch ein Weihnachtspaket von denen zugeschickt bekommen. Das werde ich heute auch noch abdrehen, aber natürlich jetzt nicht heute, wenn ihr also heute heute das Video online stellen. Ähm, ja, aber ich habe da, ich, ich, seid gespannt. Ich habe wirklich Weihnachtspost bekommen und es ist eine Dankeschön-Geschichte gewesen. Das finde ich einfach super herzlich. So, ähm, hier haben wir, äh, mich findest du in deiner Glossy-Box. Ähm, ne, ja, wir haben die Augencreme drin. Das ist hier natürlich angesneakt. Ähm, mit dem Code Glossy20, Ausrufezeichen, bekommst du, äh, 20% Rabatt im Onlineshop bis zum 28.02.2021. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ich verlinke euch hier oben mal mein Testvideo zu Dalton. Also das ist ja auch ein Kooperationspartner von mir, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Die haben wirklich tolle Marine-Kosmetik, tolle Hautpflege, die auch für meine Haut gut sind. Also es war nichts dabei, was meine Haut gereizt hat oder wo ich Irritationen hatte oder sowas. Manche Sachen waren mir persönlich sogar fast schon zu sanft, ne? Und ich habe sensible Haut und, äh, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und erfreut über die Augencreme, weil die wird dann demnächst auch mal verwendet werden. Ähm, genau, die haben auch schöne Ampulen, die haben tolle Serien, die haben mega geile Masken, also der wahnsinnige Tüten. Und, äh, ja, hier ist dann einfach nochmal so ein bisschen was beschrieben, ein bisschen Werbung zu den Produkten. Es ist halt Marine-Kosmetik, ne? Also die haben halt das mit diesem Polymer. Ach Mensch, ich vergesse das immer wieder. Aber, ähm, es ist halt aus diesem, ähm, Bereich der Meereskosmetik. Das heißt, die haben, ähm, Produkte, die halt der Haut in ihren Molekülen an sich angepasst ist, weil es kommt ja das ganze Leben überhaupt aus dem Meer und dementsprechend macht es Sinn, dass man Meereskosmetik verwendet, weil die einfach der Haut molekülenmäßig Geschichten gedönsen, am ähnlichsten ist und deswegen am verträglichsten ist. Dazu ist es halt auch noch tierversuchsfrei. Es ist natürlich von den Inhaltsstoffen her und, ähm, du hast halt wirklich die Möglichkeit, diese individuellen Pflegekonzepte damit zu machen. Das heißt, da gibt es auch so Hautberatungen, die man auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollte. Da wird das Ganze auf einen selbst zugeschnitten und die helfen einem echt gut weiter. Also von daher, von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und dann zeige ich euch direkt auch mal das Produkt, was hier mit drin ist. Und zwar ist es hier die Blue Essentials All Eyes on You Brightening Eye Cream. Mit 15 Millilitern und, ähm, hier ist halt das Interessante dabei, für mich persönlich, dass ich das vorher noch nie gesehen habe und dass es eine Brightening-Geschichte sein soll. Das heißt, es soll deine untere Augenpartie aufhellen. Ich habe wirklich öfters mal so Augenringe, die decke ich gerne mit einem Concealer ab, wie heute auch. Aber, ähm, wenn man sowas dann halt, wenn ich ungeschminkt natürlich schön aussehen kann, finde ich das klasse, wenn ich sowas halt einfach verwenden kann, ne? Und hier hast du drin Meeresmineralien, Zwillingsrotalgen- und Braunalgen-Extrakt und Oligo-Alginate und Meereswasser mit Biopterin. Biopterin? Keine Ahnung. Genau. Finde ich cool. So nehme ich. Und hier steht drauf, das finde ich sehr witzig, Wear Bags as Accessoires, not under your eyes. Also du sollst Taschen unter deinen, äh, als Accessoire tragen und nicht unter deinen Augen, finde ich scharf. Oder Säcke vielmehr, ne? Tränensäcke, ja, ja. Und, ja, das sieht wunderschön aus. Das scheint wirklich eine neue Richtung von denen zu sein. Charmant. Wird, wie gesagt, ausgetestet und ich, ach, mag das einfach. Und wie gesagt, den Glossy 20 Ausrufezeichen, nicht das Ausrufezeichen vergessen, Gutschein, äh, haben die hier nochmal drauf gedruckt, das finde ich auch ganz nett, ne? Dass man halt weiß, wenn man die aufgebraucht hat, hey, ich kann die mit 20% Rabatt immer nachkaufen. Ist schon klug. Das, das darf man nicht vergessen. So, ähm, das hier ist so ein, so ein Oschi-Produkt, was ich glaube, die meisten auch als erstes in die Kamera gehalten haben, weil das war wohl in der Sneak Peak. Hello Buddy ist ja so ein typisches Influencer-Produkt, ne? Ja, also, ich habe noch nie von denen ein PR-Paket bekommen. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach nicht der größte Kokos-Fan bin und die halt hauptsächlich auch so Kokos-Düfte bei sich mit drin haben. Bin ich bislang halt noch nicht so ultra angefixt worden. 300ml ist natürlich eine Ansage. Daily Body Lotion, ich kann mir vorstellen, dass ich die schon testen werde, ne? Love your body. Ähm, ohne Tierversuche, safe and natural ingredients, also sichere und natürliche Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet und sechs Monate haltbar. Das heißt, ja, jetzt wahrscheinlich nicht direkt aufmachen. Ähm, versüße deinen Tag mit dieser sofort einziehenden Body Lotion. Unsere verführerische Mischung aus Kokosöl, Mango und Kakaobutter verwöhnt deine Haut mit langanhaltender Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Ja gut, das hört sich eigentlich schon nach was Gutem an, ne? Also, ich mag Kokos-Duft nur dann nicht, wenn er zu künstlich ist. Wenn es halt so ein subtiler und schöner Kokos-Duft ist, der dann vielleicht noch kombiniert ist eben hier mit, mit Kakao-Geschichten und, ähm, so, ist das schon eine gute Nummer, ne? Also, das streite ich ja auch nicht ab. Ich rieche trotzdem halt dran, auch wenn es dann nur sechs Monate haltbar ist. Es riecht angenehm. Ja, es riecht tatsächlich angenehm. Also, da beschwere ich mich jetzt wirklich nicht. Gut, ja, ich mag voll gerne, dass es einen Pumpspender mit dabei hat. Das finde ich immer sehr praktisch. Den Rest vom Schützenfest muss man dann meistens rausholen, indem man das über Kopf stellt, weil der Pumpspender kriegt meistens das unten nicht komplett raus. Aber, ja, komm, ne? Finde ich ganz nett und finde ich vor allem schön. Und ich glaube, das kann man einfach mal ganz gut austesten. Und dafür sind solche Specialboxen auch ganz gut, dass du da einfach mal speziellere Produkte drin hast oder halt so Hype-Produkte, dass man die mit austesten kann. Genauso wie hier von Fenty Beauty. Match Sticks Shimmer Skin Stick. Das finde ich auch ganz nett, ne? Das ist so ein Blush-Stick. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Flüssing- oder Creme-Blushes. Yacht Lifey. Oder Yacht Life ist hier die Farbbezeichnung. Aber für so subtilen Blush ist es, glaube ich, eine ganz gute Nummer. Ah ja, Fenty Beauty hat ein schönes Design, ne? Dieses Hexagon mag ich unheimlich gerne. Das haben die schön gemacht. Ich habe im Black Friday Sale auch mir das ein oder andere von Fenty geholt und bin da sehr froh drüber. Genau. Riecht nach nichts irgendwie? Nö. Nö. Und da haben auch viele schon gesagt, dass sie das an den Nas Orgasm erinnern. Und das kann ich nur unterschreiben. Das sieht wirklich genau so aus. Du hast halt diesen Rosé-Ton und dann diesen Goldschimmer mit drin. Ich mache das einmal, dass ich auf der einen Seite das unverblendet lasse und auf der anderen Seite verblende ich das mal, dass ihr das dann direkt so sehen könnt, ne? Genau. Also so ist es dann quasi auf der Seite verblendet und auf der Seite einfach nur aufgetragen. Man sieht schon so einen schönen Schimmer. Und da kann ich mir auch wirklich vorstellen, das dann aufzutragen auf meine Wangen. Also hier so auf, wo ich Highlighter und Blush auftragen würde, wenn ich das einfach ganz normal im Alltag trage. Ich glaube, das könnte wirklich eine gute Nummer mit uns beiden werden. Weil ich sonst bei normalem Blush immer das Problem habe, dass es dann ja pudrig aussieht, ne? Und ich dann halt, ich möchte halt im Alltag nicht wirklich geschminkt aussehen. Ne? Wenn ich so zur Arbeit gehe, dann mache ich mir halt meine Mascara drauf und das war's und da habe ich meine Freude dran. Und wenn ich nach Hause komme, dann schminke ich mich halt so. Einfach, weil ich da so meine Grenze habe, ne? Also ich habe zwei verschiedene Welten, in Anführungsstrichen, in denen ich lebe. Beziehungsweise es ist privat und das ist beruflich. Muss man halt auch so sehen, ne? Genau. Aber ich finde das sehr, sehr cool, dass wir hier diesen Blush-Stick mit drin haben. Und den kann ich mir halt auch, wie gesagt, wirklich zur Arbeit vorstellen, um gerade jetzt mal im Winter so ein bisschen frischere Wangen zu bekommen, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, den stelle ich mir mal ganz normal ins Bad. Mein Handy rastet aus. Ja. Genau. Und dann kann ich den mal ganz normal im Alltag verwenden. Hier habe ich jetzt ein Produkt drin von Shu Uemura Art of the Hair Ultimate Reset Extreme Repair Shampoo for Very Damaged Hair mit 75ml. Hatten wir schon mal in einer anderen Art und Weise auch irgendwo in der Box mit drin. Ich glaube, in der Look Fantastic Box. Glossy Box und Look Fantastic gehören nämlich zusammen. Und ich glaube, das hatte mir gut gefallen. Der Duft war nicht ganz so berauschend, aber die Pflegewirkung hatte mir gut gefallen. Und das war in einem so bräunlichen Design. Jetzt habe ich es ja in schwarz. Ja, das riecht halt wirklich leicht männlich, meiner Meinung nach. Aber es kann pflegend sein. Das muss ich mal austesten. 75ml ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber zum Testen kann man es nehmen, ne? Finde ich ganz nice doch. Warum eigentlich nicht? Ja. Die Kunst des Haares. Ich habe wirklich geschädigtes Haar. Brauchen wir nicht drüber reden. Hier haben wir ein Produkt drin von Elemis. Und zwar ist es der Pro Collagen Cleansing Balm. Super Cleansing Treatment Balm. Und da habe ich zwar aktuell den von Skinnatur in Anwendung, bin aber eben durch Skinnatur darauf gekommen, dass diese Cleansing Balms und Abschminkbeisamle für die Gesichtsgeschichten doch sehr, sehr gut sein werden für mich, ne? 20 Gramm sind hier enthalten. Elemis ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Duftmäßig nicht ganz so meine Welt. Also ich glaube, dass das hier auch nicht so mega geil riechen wird, sondern eher so sehr, sehr natürlich. Ja. Riecht wie unser Kräuterbeet, ey. Lavendel auf jeden Fall irgendwie mit drin. Und ja, das werde ich dann auf jeden Fall verwenden. Sowas mache ich mir halt dann gerne, dass ich dann mit den Fingern durchgehe. Dann gebe ich das über meine Augen, massiere das ein. Dann gehe ich mit geschlossenen Augen, ne? Gehe ich dann kurz, einmal kurz unter den Wasserstrahl, habe dann Wasser auf meinen Fingern, gehe dann nochmal kurz drüber, massiere die ganze Geschichte dann nochmal weiter ein und dann gehe ich nochmal unter die Wassergeschichte, nochmal ordentlich drüber gehen. Und dann wasche ich die ganze Geschichte vom Gesicht runter und danach verwende ich dann halt einen ganz normalen Creme-Cleanser. Also nicht Creme, sondern halt was so in Tuben drin ist, ne? So ein Krams halt. Und ist halt Double Cleansing, ne? Das eine ist Abschminken, danach ist dann halt die richtige Reinigung fürs Gesicht, was ich dann auch gar nicht mehr für die Augen nehme, sondern für die Gesichtshaut. Und ja, deswegen kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich. Nicht verkehrt. 20 Gramm ist jetzt, ja, ja, kann man nicht so Ewigkeiten mit hin, ne? Aber es ist zum Austesten mal ganz schön. Das hier ist meines Wissens nach ein Gratis-Produkt gewesen, wenn ich das in den anderen Videos richtig gesehen habe. Auch von der Marke Shu Uemura Art of Hair. Und zwar ist das ein Hydro-Nourishing Treatment for Dry Hair mit Moringa-Extrakt. Also das sind 15 Milliliter und das wird dann so eine Haarkur sein. Ja, ne? Oder so ein Leaf-In, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Hydro-Nourishing Treatment for Dry Hair under Urban Aggression. Also unter Umwelteinflüssen leidendes Haar. Free Sample, ja. Aber was, wie pflegende Haarmaske für langanhaltende Geschmeidigkeit, ja. Aber hier steht jetzt nicht drauf, wie lange man das drauflassen soll. Ja, ich würde es jetzt einfach gefühlt eine Weile drauflassen und dann abspülen unter der Dusche. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach reinmachen und dann piele ich mir meistens eben mein Körper, mein Gesicht und Rasiermilch und Waschmilch und Tüdelü. Und dann wasche ich das aus. Keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten lasse ich sowas dann ja immer drin. Ja, wieder ausgetestet. Fühle ich mich verkehrt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin und zwar von Max Faktor. Die Define Lashes Rich Black Mascara Ultra Soft Brush. Das ist halt eine Mascara von Max Faktor. Ist ein bisschen eingedutscht, was ich nicht schlimm finde, weil Verpackungen sind dafür da, um das Produkt zu schützen. Meine Meinung, 88% bestätigen, dass die Wimpern definiert werden. 85%, dass es die Wimpern voluminisiert. 4 von 5 sagen, Sahn, längere und dickere Wimpern. Ja, ist doch nett. Clump-free, Smudge-proof. Sieht nett aus, ja. Also bei mir sehen Mascaren eben durch das Wimpernserum, was ich halt immer wieder verwende, grundsätzlich sehr schön aus. Deswegen, ja. Wobei richtig schlechte Mascaren erkenne ich persönlich auch sehr, sehr schnell. Weil dann ist es so, dass ich echt, also als wäre da nichts. So sieht die Geschichte aus. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Ich sage das tatsächlich, ne. Das mit dem sehr, sehr, richtig, richtig, wirklich, wirklich. Oh mein Gott. Da wurde ich letztens drauf hingewiesen. Jetzt versuche ich da mal drauf zu achten. Es tut mir leid, Leute. Nutzt es als Trinkspiel. Und wenn ihr dann... Oh, wenn ich das dann mache, dann könnt ihr euch einen gönnen oder so. Hm, sorry. Ja, ich mache die jetzt nicht auf, weil ich nicht weiß, ob ich die behalten werde. Ähm, weil ich habe jetzt durch die Adventskalender und durch die Black Friday-Geschichten halt echt ganz schön viele Mascaren bei mir, die sich angesammelt haben. Muss ich mal schauen. Aber eigentlich interessiert mich Max Faktor sehr. Tatsächlich. Weil ich damals als junges Mädchen auch eigentlich so, als junges Mädchen vor allem, ne. Aber als ich mich so mit Make-up so angefreundet habe, da gab es bei uns im Eheplatz tatsächlich so eine Theke von Max Faktor. Und da hatten die eine Foundation, die war so zweigeteilt. Eine Phase war dann quasi Pflege und die andere war das Make-up, also die Foundation. Und dann habe ich mir das aufgegeben. Abpudern? Nö. Nachher irgendwie Blush-Bronzer-Highlighter oder Concealer? Nö. Aber das war dann quasi mein To-Go-Look. Und das habe ich jahrelang so gemacht. Deswegen Max Faktor muss ich halt immer so an meine Anfangszeit mit Make-up denken. Dazu dann noch so einen schönen blauen schimmernden, hellblauen schimmernden Lidschatten von Art Deco, der extrem war. Ja, das war so mein To-Go-Look. Also, viel habe ich da nicht gemacht, aber es sah echt creepy aus. Dann eine Zeit lang bin ich übergegangen zu schwarz. Dann hatte ich nur noch schwarzen Lidschatten und schwarzen Eyeliner und so ein Kram. Mascara habe ich da, glaube ich, auch gar nicht getragen. Furchtbar. Aber gut, ja. Schön, dass ich mich mittlerweile etwas anders orientiere. Hier haben wir noch ein paar Fümen drin von Otto Kern. Komm mit. Floral. Da schreit eigentlich mein Name, ne? Und ich habe es letztens noch in einem anderen Video gesagt. Jetzt Richtung Weihnachten kommen immer mehr Parfums, ne? Oh, und gerade diese Parfüm-Geschichten mit den Floralen-Düften, ne? Und ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich wenig Parfum hätte. Oh, das ist geil. Eigentlich spricht mich das mega an, aber Leute, ich glaube, ich muss hart bleiben. Ich habe echt genug Parfum. Das sieht wunderschön aus, auch hier oben, ne? Aber es ist halt auch echt das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ich mag das jetzt nicht sprühen. Nein, ich werde das weitergeben. Komm, wir müssen jetzt mal hart bleiben. Ich habe jetzt aus vielen anderen Beauty-Boxen auch die Parfums behalten. Auch aus der Black-Friday-Edition von der Glossy-Box, ne? Da muss ich jetzt auch mal Stopp einlegen, weil ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 30 Parfums oder so. Wann soll ich die aufbrauchen? Ich brauche vielleicht ein Parfum alle zwei Monate auf. Das ist ein Eau de Toilette-Spray. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ah, ich habe es schon wieder gemacht. Finde ich sehr schön. Und ich werde es weitergeben, ja. Ich denke, da wird sich eine Kollegin oder so drüber freuen, wenn ich denen so ein Weihnachtspaket packe. Ich glaube, das ist ganz schön. So, jetzt habe ich hier noch Ampullen und zwar von Acaia German Cosmetics, also deutsche Kosmetik. Ist übrigens in Amerika, ne? Ist deutsche Kosmetik voll im Hype. Finde ich mega witzig. Tja, wir haben es einfach drauf, ne? Okay. Star Collection, Beauty Flash, Perfect Llam und Booster. Also hier sind drei verschiedene Ampullen drin. Und, ähm, ja. Dann hast du quasi so eine Art Ampullenkur mit. Oder kannst halt reinschauen in drei verschiedene Möglichkeiten von Acaia. Finde ich nett, ne? Also das sind Ampullen eigentlich irgendwie, eigentlich, ja. Wir sind jetzt Richtung Weihnachten. Da geht es auch mehr ab mit diesen Ampullen. Und wir haben hier ernsthaft bei Golden Repair Gold Flakes drin. Ich raste aus. Das ist ja Wahnsinn. Finde ich echt schön, ne? Also das ist schon hochwertig. Ich weiß nicht, was sowas wert ist, aber das sieht sehr hochwertig aus und vor allem auch sehr, sehr schön. Auch das wieder. Etwas, was ich zu Weihnachten weiter beschenken könnte oder so. Weil ich habe noch ordentlich Ampullen bei mir im Backup. Das könnten dann gegebenenfalls einfach mal so ein kleines Geschenkpaket werden. Mal gucken, wen ich damit glücklich machen kann. So, jetzt habe ich hier noch ein Produkt drin, aber das ist eher eine Probe. Und zwar die Kraft des Tees für Gesundheit, Kreativität und Einklang. Den mache ich mir gleich mal. P&T Jackpot Derby. A virtuous blend of rich organic black tea fruit fig and hints of leather and smoke. Ach, du ahnst es nicht. Also das ist quasi mit schwarzem Tee, fruchtiger Feige, mit einem Hauch von Leder und Rauch. Ach, du ahnst es nicht. Also Leder im Tee, das finde ich ja sehr spektakulär. Hier hinten steht drauf, you drink coffee, I drink tea, my dear. No way. Also ich bin absoluter Kaffee-Junkie. Aber einen Tee trinke ich mir gerne jetzt zur kalten Jahreszeit einfach abends mal, ne? Genau. So. Geiler Inhalt. Wirklich. Also wir haben hier eine kunterbunte Mischung aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Ein bisschen was mehr ins Extramäßige. Und ich finde schon 35 Euro lohnen sich für solche Geschichten immer wieder. Und deswegen hole ich mir die auch super, super gerne. Ich hoffe, ihr konntet auch eine ergattern. Ich habe jetzt leider nicht noch eine zweite zur Verlosung, weil ich habe so viele Verlosungen aktuell am Laufen. Da komme ich gar nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich sie jetzt einfach leider mal gelassen. Aber ja, ihr kommt damit klar, ne? Ihr Lieben, das war jetzt die Glossybox Winter Edition. Nein, Weihnachts Special Edition Gedönsen Tralafitti. Und ich fand die enorm. Also immer wieder gerne, liebes Glossybox-Team. Da habt ihr was Cooles rausgebracht. Und ja, wer technisch liegen wir garantiert auch sehr gut auf, oder? Denke ich schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxing meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.